weiter geht's wir sind noch im tunnel drin haben da hinten die zombies besucht beziehungsweise sind zumindest an ihnen vorbeigelaufen und wir wollten jetzt entweder da unten gucken was da so abgeht oder wir gehen erst mal raus und kümmern uns um den quest aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neugierig auch wenn meine shotgun money allmählich zur neige geht ein bisschen was haben wir noch also gehen wir doch mal gucken wo der uns hinführt der tunnel den es übrigens in der finalen version von stalker eigentlich auch nicht gab zumindest dieses unterirdische hier nicht ist mir komplett neu offenbar schon andere versucht sie durch zu gehen wir haben wohl nur den tod gefunden und ich ahne schon was da hinten kommt ein bisschen platz habe ich noch einen gut das hat funktioniert gucken ob es das wert war okay zum teufel sind wir hier wo der scheint ziemlich groß zu sein hier vielleicht hätte ich hier erst hinkommen sollen wenn ich einen passenden auftrag dafür habe kann man leider alle nicht aufmachen der gang zur toilette hat sich wieder gelohnt der blick ins klo wahrscheinlich nicht deswegen mache ich das jetzt nicht militär-first-aid-kit militär-first-aid-kit von da sind wir gekommen da war ich auch schon drin da steht sogar ein panzer dran muss es ja irgendwie theoretisch müsste die tore danach direkt nach draußen führen dann müsste der panzer sonst den würde man ja schlecht durch den gang den ich gekommen bin rauskriegen ich habe trotzdem keine ahnung wo wir jetzt da sind wir okay da ist irgendwo der durchgang das kann man leider nicht aufmachen das kann man leider nicht aufmachen das kann man ja nichts besonderes drin aber besser als nix dann bekommen wir noch einen riesen witz eingeblendet der auf die karte gucke scheinbar jetzt irgendwo an der brücke zu sein das hat sich abgeschlossen den ganzen weg umsonst gemacht oder was ploppen hier hier Gucken wir mal in der Richtung nochmal. Das müsste dann Richtung Süden sein. Ah, okay. Jetzt müssen wir so wieder hier. Naja, war jetzt nicht so super gelohnt, aber ich versuche was wert. Na gut, im Tunnel waren wir ja schon und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal den Tunnel zurückrennen und mich dadurch die Zombies durchkämpfen. Deswegen versuchen wir einen anderen Weg. Vorher genießen wir nochmal die Aussicht. Ah, das viele Grünzeug sieht auch super aus. Ich glaube, das werde ich noch ziemlich, ziemlich oft sagen, dass das super aussieht. Ne, da haben wir die Brücke. Da drüben war der Tunneleingang, wo wir reingegangen sind. Und da stehen dann halt die Wachen rum. Wenn ich jetzt erstmal umgehen werde. Dann war's weiter. Ja? Dann weiss euch mal, aber dann haben wir noch ein paar Kommen. Dann haben wir noch einen Knotenbevallia. Und da sind wir uns anständig. Und da sind wir auch noch ein paar Knotenbevallia. Und dann 취ちは das wieder zu Ende der Brücke. Und da sind wir uns dann wieder zurück. Und da sind das sehr gut. Und da sind wir noch eine andere Knotenbevallia. Und da sind wir auch noch ein paar Knotenbevallia. Und da sind wir schon wieder. Und da sind wir noch jemandenbevallig. So, und da hinten müsst ihr jetzt quasi da, müsste unser Ziel liegen. Genau. Dieser Typ, der gefangen genommen wurde, und da müssen wir jetzt mal verhandeln oder den rausballern. Mal gucken, was wir machen. Das sind übrigens manchmal so kleine Verstecker, also zumindest im Original-Stalker. Das sind hier dann so manchmal Verstecke von anderen Stalkern, wo sie halt irgendwas hinterlegt haben. Besser mal die Waffe wegstecken, damit sie uns nicht gleich attackieren. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die Framerate ein bisschen niedriger ist, als sie vorher war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es daran liegt, dass ich die Video-Einstellung geändert habe, also dass ich jetzt ein 1080p-Capture, aber eigentlich dürfte das die Performance nicht weiter stören, weil vorher hat es noch runterrechnen müssen, das hätte also eigentlich noch mehr Probleme machen müssen. Aber es geht, es ist noch spielbar. Oh, die Typen sehen aus, als ob ihr hier die Bosse seid. Oh, die Typen sehen aus, als ob ihr hier die Bosse seid. Okay, also er will das Flash-Drive haben, was wir vorher schon besorgt hatten. Jetzt ist halt die Frage, ob er das dann auch rausrücken will, oder ob er will, dass wir die bekämpfen, um den rauszuholen. Oder ob ihm einfach der Fox, der da gefangen genommen wurde, egal ist. Wer hat da noch eine andere Mission? Get a part of the monster body, nämlich Flash-Eye. Ich glaube, da drüben gibt's Flashes. Und gerade so an alten Vehikeln und so ist die Strahlung immer relativ hoch. Was übrigens in echt genauso ist. Und das an den ganzen Metallteilen irgendwie noch besser haftet scheinbar. Okay, ihr wies denn dann. Oh, schau. Da muss ich nicht gehoffen. Okay, das eine noch und dann haben wir's. Sehr schön. Und da haben wir auch das Auge, was wir haben. Oh, wir haben alle eins verloren, oder was? Das sollen übrigens mutierte Schweine sein, glaube ich. Eigentlich im Original gab's dazu auch Beschreibungen zu den... Achso, Moment mal. Ich glaub, das gibt's sogar hier immer noch. Und zwar... Hier ist meine Statistik. Da, Animals and Mutants. Flash, das sind die hier. Ja. Vom Hausschwein. Da haben wir noch einen Hund. Oh, der hat denn einen Hund. Können wir gleich schneller gucken, ob's hier irgendwas zu holen gibt. Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Drüben ist noch eine Hütte. Was? Zum... Wer bist du denn? will er mich nur knudeln oder will er mich umbrechen ich habe keine ahnung wer oder was das sein soll oder war es lustig auf den schieße ich mal lieber nicht sieht auch alles leer aus hier war ich schon da ist noch irgendwas in dem haus ein Hunde offensichtlich verdammte Töne okay gut so viel dazu gucken wir noch mal aufs Klo okay jetzt offensichtlich nichts weiter zu holen dann können wir erst mal zurückgehen und dann das flash drive holen damit wir den gefangenen da befreien können kann man eigentlich hier oben lang also im original ist hier oben im zaun da kann man nicht lang da hat man halt gezwungen ist diesen tunnel zu nehmen aber hier ist scheinbar der Zaun nicht besonders gut und dicht gebaut hier kann man gerade nicht durch aber hier kann man runter man muss also gar nicht unbedingt den tunnel nehmen den ich da versucht hatte vorhin wir kommen mal wieder Da ist was drin. Also zurück zur Basis. Beziehungsweise zurück zum Händler und den Flash Rifle holen. Die Wildschweine mache ich jetzt mal am Bogen. Ich habe gerade keine Lust mich mit denen auch noch rum zu ärgern. Das bringt sowieso nichts weiter ein. Erfahrungspunkte oder sowas gibt es ja nicht. Also die einzige Möglichkeit euch zu verbessern ist halt über bessere Ausrüstung, die ihr lootet oder kauft. Und eben über die Artefakte, die ihr dann anlegen könnt. Aber das finde ich auch ganz gut so. Ich glaube Erfahrungspunkte und so ein Skillsystem und so, wo sie es irgendwie kaputt machen. So, das würde zum Beispiel in DayZ auch nicht reinpassen. Und ich mag auch diesen etwas realistischeren Anspruch des Spiels. Da haben die da schon wieder alle, also rennen ist wieder nichts mehr. So, da haben wir noch mal kurz über das Flash Rifle. Jo. Job erledigt. Dann sprechen wir noch mal kurz über das Flash Rifle. Und die wollen also Informationen über die Untergrundlabors und die Experimente und so weiter haben. Die sie hoffen unter anderem auf diesem Flash Rifle zu finden. Okay, aber er hat sowieso schon alles runtergeholt von dem Stick. Also hat sich die Informationen genommen, die er brauchen kann. Und dann gibt er das Ding jetzt. Dann können wir quasi das Ding eintauschen gegen den Gefangenen und den Gefangenen da rausholen. Ach, die Dinger will er nicht haben. Kann ich also dann noch wegschmeißen. Oh, aber die bringen richtig was. Den wollte ich ja auch verkaufen. Den auch. Aber sieht der schon mal gar nicht so schlecht als unser Geld. Kar kann man zwar trotzdem noch nicht leisten. Die auch nicht, aber beim nächsten Mal dann vielleicht. Okay, dann gehen wir mal zurück und holen den raus. Okay. Beziehungsweise das machen wir dann gleich. An der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Das kommt dann in der nächsten Folge. Da befreien wir den Fox und dann schauen wir mal. Vielleicht gucken wir uns die Military Base mal an. Oder wir gehen schon ins nächste Gebiet. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall wäre es ganz cool, wenn wir mal unsere Hände auf eine richtig gute Waffe kriegen würden. Also, bis dann.